Also, geh doch, easy. Du hast jetzt ein Garner vor... Ah, du hast das Garner oben? Ja. Das ist ja sweet. Das ist ja sweet. Schieß mal. Fette Sache. Okay, was ist das für eine Kanone? Die dicke Bertha. Okay. Okay. Renski macht den Job richtig. Durchaus. Ein bisschen tiefer irgendwie für mich. Blick mal wechseln. Vielleicht das hier unten auch noch. Also, eins zum Wechseln. Nein, nein, nein. Warte, nicht. Versicht. Und du, 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 du. Okay, wir brennen nur ein bisschen. Zahn-Wie. 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 Leak, ich gucke. Kommst du her. Die Dämpfungselemente sind sehr wahrscheinlich in einem Faraday schon fliegt. Schauen wir mal, ob wir die Steuerung hier nicht irgendwo finden können. Oh, einige von uns. Äh, richtig nicht. Naja, überall. Was bist denn du so aggressiv? Mein Gott. Der ist ja rum. Wir sind Schmetterling oder was? Ich drück mal auf. In dem Gebilde sind alle drei Hauptdämpfer untergebracht. Wir müssen alle drei Verbindungen unterbrechen. Und wahrscheinlich müssen wir alle Töten, die hier sind. Kommst du da drauf? Intuition. Jahrelange Halo-Erfahrung. Wenn ich keinen Wegpunkt habe, bin ich überfordert. Spiel. Spiel. Ach, ich bin mir da drauf. Mein Appen voll abbiegen. Jetzt. Ja, geht aus. Du eine Rakete, ich eine Granate. Das sah gar nicht so schlecht aus. Die fliegenden Scheißdingen heften. Sogar, wenn man auf PC spielt. Ja, gut, hier können wir sie wenigstens ordentlich tracken. Ja, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, okay, okay. Schut gemacht, Chief. Noch zwei. Dein Tun steht auf schmalem Glas. Hier kommt ein Tor auf. Hinter dir ist ein... Nein, Herr Didaktiker? Oh, scheiße. Sorry, ich habe ihn ein bisschen geschoben. Ich habe es gemerkt. Das ist ein Mädchengang. Tatsächlich. Ich hasse es so sehr, ne? Ja. Okay, cool. Wie wär's mit? Geh doch mal wieder weg. Oh, lola, what the fuck. Genatzt ein bisschen ordentlich. Jetzt mal... ...des Ticket. Händest du dich, bitte? Wozu schieße ich auf euch? Ich bin dort. Bitte, wir lieben. Geh. Oh, hi. Okay. Ich mag die Schuld. Leute, what the fuck? Er betrügt. Er betrügt einfach. Er pottert sich über die Luft. Eine Waffe... Habt ihr das gesehen? All that cheater. Boom. Bitch, please. Wo hin jetzt? Ah, wieder hoch. Oops, we did it again. Ich weiß es auch nicht. Frag mal ein Gehirn. Ja. Ich glaube noch dazu, aber jetzt glaube ich, das reicht nicht. Reicht. Er ist anders als die anderen. Ich verstehe. Dann sage ich. Woo! Yo! Alles klar, Mann. Trick moves. Alles klar. Hier ist Halo 4 auch gerade durchgespielt und alle sagten, es wäre kacke und du findest es aber mega geil. Es ist halt ungewohnt, weil es halt nicht mehr die Allianz ist. Wir hatten es schon gesagt. Du kämpfst halt nicht mehr gegen die... Wollen wir mal wechseln? Soll ich mal ans Dinger? Alright. Ah, nee. Okay. Gewöhne dich an dein trauriges Schiff. Ich glaube, das stört viele. Ah, ein Wegpunkt. Das kenne ich. Was ist das? Aha! Ist ja cool. Äh. Ex. Nicht reinfliegen. War so, wenn man der F Gedanken lesen könnte. Also ich kenne dich nicht seit gestern. Okay. Weil das... Es sah schon so aus, als würdest du schon fast versuchen wollen, ein bisschen Anlauf zu nehmen. Das ist ja nichts Schlechtes, neue Gegner. Nein, grundsätzlich ist egal, neue Gegner. Ich glaube aber auch, das Ding ist, die Feinde sind hier mit dem Controller sehr schwer zu bekämpfen. Kann sich bewegen, ne? Ja, ich hätte es gemerkt, gerade. Ja, wir sind trippy. Ähm. Das ist mir egal. Nicht so gut, bro. Warum machen wir das beide, actually? Ach du. Ich dachte, als ich kann rüberschweben, aber als ich dann gesehen hatte, wie weit nach hinten die Brücke weggeht, dachte ich mir, komm, scheiße. Scheiße. Ich dachte, ja, der weiß, was er tut. Also hinter. Ja, so viel dazu, ne? Ja, sag ich mal so. Wir sind doch schon mal blöde gestorben. Oh, nimm den 8. Jane, danke schön für den Sub, Mann. Vielen, vielen Dank für den Support. Ein liebes Hallo. Ist das Sprengstoff da hinten? Ist das, was hell leuchtet? Hm. Ah, war sie ja. Oh nein, oh nein, oh nein, das nehmen wir mit. Ah, auf geht's. Hui. Okay. Er steht, hab geschützt. Nein, warte, warte. Oh nein, das wollte ich nicht. Warum mache ich keinen Schlag? Warum mache ich... Warum sprich ich einfach nur so traurig in den Tod, statt so einen coolen Move zu machen, um ihn dann von hinten zu töten? Okay, okay, okay. Okay, okay. Egal. Nett, nett. Ja, genau. Das war das Ding, was explodierbar ist. Ja, es explodiert, by the way. Ich hab's getestet. Ich hab's getestet. Oh nein, Alter. Warte, ich guck auch noch genau. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Fuck, Mann. Ich kann es nicht mehr. Oh mein Gott, Mann. Warum ladet ich eigentlich die ganze Zeit auf? Samgaming genau, ne? Ja. Das wäre eine gute Idee. Das ist aber nicht so eine gute Idee. Hey, das ist... Da ist noch ein Flak, ist jetzt auf der anderen Seite. Das ist eine Elite. Nicht weiter. Ja? Da habe ich mittlerweile auch schon festgestellt. Er schießt weiterhin auf deiner Leiste. Ich glaube, die Eliten und ich wollte zusammen ein bisschen was gemeinsam. Nein, ich glaube es einfach nicht. Das ist so ein schlimmer Ort für mich gerade. Also, ist das so? Nein! Überraschung. Ist er runtergefallen? Er ist einfach weg. Ich glaube, es geht den Eliten genauso wie uns hier. Also... Arf, danke schön, wie ich denkst, Mann. Danke schön, danke schön. Du darfst vorgehen. Die tricken wir einfach. Die tricken wir einfach. Guck, der muss einfach so. Zack. Okay, shit. Okay, shit. Warum machen die keinen... Mach doch einen Schlag. Hallo? What the fuck? Aber der eine ist runtergefallen. Hast du gesehen? Ja, Mann. Ich habe ihn runtergeschubst, glaube ich, mit den Nails. Ja, genau. Alles klar. Er hat mich über die ganze Map geschlagen. Und ist dabei runtergefallen. Aber es war dein Verdienst. Nee, nee. Total. Ich weiß noch, wie es geht. What the... Ich habe mich an den ran gezogen. Durch dich durch. Und habe dich geschlagen. Ich dachte mir noch. Ja, komische Hits von dem... Von dem. Lass, lass. Oh. Okay, du kannst jetzt machen was du willst. Oh, cool. Oh, je. Nein, nein, nein. Du kannst es mal wieder schießen. Oh, scheiße. Nein. Oh, scheiße. Nein. Nein. Es ist despawn. Es ist despawn. Oh, scheiße. Nein. Oh, mein Gott. So schade. Chat, kriege ich einen Hype. Brücke hatte jetzt vorhin schon... Brücke hat jetzt vorhin schon gesauft. Ähm, Chain hatte gesauft. Nur Brücke hatte gehyped. Jetzt hat Arthur noch ein Geschenksepp rausgekommen. Mach ein bisschen, damit ich weiß, dass mein Chat hier noch lebt. Mach kurz. Einmal ein paar Hätzchen. Einen Hype in den Chat. Dankeschön. Uh. Eieiei. Oh nein, 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 nein. Ja. Warum schweißt du das Hande runter? Es war schon am Aufland. Es war schon am Aufland. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Ah, okay. Alles gut. Wir haben sie im Griff. Ich habe euch das Gefühl, ich knall uns gleich gegenseitig auf. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist nicht mehr am Leben. Doch, doch. Aber nicht wie. Du wirst nicht mehr am Leben. Vielleicht. What? Oh, look. Mit dem. Wow. Was für ein Aussie. Was für ein Aussie. Oh scheiße. Nein. Ich werde das die ganze Zeit aufladen. Mit der Nähe komme ich nicht mehr. Mein ja nur. Oh mein Gott. Der hat ja. Ah, es ist rein. Oh, der wir. Oh, das ist ein Aussie. Oh, Gott. Morgen werde ich wieder einen Ausstattel haben. Lachen, ey. Lol. Ciao. Puh, das war close. Und danke, Jet. Wir sind halt. Du bist doch viel besser. Shit. Ja, was schießt er sich. Geht doch einfach. Ich schuhe wieder. Alter. Ist es her geworden? Geht auch. Lol. What the f- Hi. Wir sterben uns hier durch. Ja, Pasha. Oder da haben wir noch Fragen. Kommst du? Puh. Puh. Nett. Nett. Ja, der Elite, das war schon. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Liegt da unten. Oh, Tatsache. Oh, Tatsache. Versuch's mal. Du wirst es gleich bei mir vorhin auch machen. Nein, ich habe gar nicht gemerkt, wie ich mich nach vorne bewege. Wie war es? Oh, nice. Schnell, setzen Sie mich in die Steuerung ein. Blinke mich in das Netzwerk der Spitzen. Jetzt gehören Sie mir. Sie einkerkern? Okay. Was machst du da? Sie sind ein Kerker. Sie sind wieder die Prometianer. Sie sind nicht angekappt, Mann. Sie sind nicht angekappt, Mann. Chief? Sein Schiff ist bereit. Chief, es tut mir leid. Ich weiß nicht was. Oh, ich verläuft. Ich verläuft. Ich verläuft. Das ist nicht mehr so gut. Sie kommen über Sie direkt zum Schiff des Didaktikers. Oh Gott. Moment mal. Über Sie drüber? Ja. Da sind einige Lichs, die in Formation zum Schiff des Didaktikers fliegen. Wir haben also nur einen einzigen Versuch. Das ist natürlich auch gut. Okay. Los! Und? Der Lich steht. Wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir durch den Stein fliegen können. Wuh! Ui! Wir haben besser! Cortana, was ist hier los? Ich weiß nicht. Festhalten! Festhalten! ビracht her. H im dessen. D D Sie schwingen den Hyperraum. Wir müssen unterdenken. Keine Zeit. Demnächst bei Moss Effect, Sovereign. Das sah gerade licht aus wie ein Reaper, ne? Dich hier? Hast du dich noch? Ja. Oder wie ein riesengroßer Schrumpf. Das sah gerade licht aus. Gratana? Immer noch hier. Ein Halo? Installation 03. Hier fand die Infinity die Koordinaten für Requiem. Warum fliegen sie dann vorbei? Weil der Erzeuger nicht auf dem Ring ist. Worauf warten sie? Diese Station rettet sich nicht von allein. Bringen sie mich zur Konsole. Hier UNSC Master Chief Anbasis. Bitte komm. Ja, ich höre sie. Hier spricht Sandy Tilson von der Ivanov Station. Werden angegriffen. Die wollen das blutsfette Artefakt, das sie von dem Halo haben. Woher wissen Sie davon? Doktor, Sie müssen dieses Artefakt bis zu unserer Ankunft schützen. Schicken Sie... Wissen Sie, was das heraublassen ist? Das hat er auf unserer ersten Schachpartie gesagt. Kurtana. Sogar ich nenne ihn nicht mehr bei seinem Namen. Korrigier den Anflugwinkel. Wer sagt, du solltest nur allein arbeiten. Deshalb hast du ihn gewählt, Captain. Ich bin dein größter Erfolg und doch hast du mich. Jo, jetzt. Naja. Wenigstens kann sie immer noch besser fliegen, als du, Dex. Sagt der, der mich mit dem Benji runterschubst. Hey, das war gezielt. Okay? Dr. Tilson, sind Sie da? Oh Gott sei Dank. Als Ihr Signal abriss, dachte ich... Doktor, hören Sie mir zu. Sie müssen die Evakuierung der Station einleiten. Das haben wir versucht. Die Allianz hat bereits die Landungsbuchten... Die sind Ihre Koordinaten. Ich kümmer mich dann auf dem Weg zu Ihnen um eine Evakuierung zu... Da kann man nicht... Da kann man nicht durchspringen. Ich... Mein ja nur. Also... Okay. Ja, nett. Ich dachte, das wäre ein Hologram. Nicht ganz. Wow. 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 Was ist denn passiert? Willst du es auch sehen? Ja. Scheiße. Schade. Der Kavale springt und beißt ihm den Nacken durch. Der Schakal springt, oder was? Der Schakal springt, ja. Ich habe auch gesagt, der Schakal. Keine Sorge, ist nicht weit entfernt. Gerüchten zufolge, war die Inspiration sehr naheliegend. What? Nein. Nein. Oh shit, der lebt noch. Ja. Ja. Der Team-Bag bin ich assig. Ob man den retten kann? Nein, den kann man nicht retten. Egal, wie ich mich bemühe. Ich kann ihn nur auch in die Fresse schlagen. Ich bin echt... Ich bin echt... Ich bin echt... WACK! I mean... DUDE! DUDE! WHAT?! DUDE! Warum?! Haben wir mein Gun? Jetzt? Sorry, kurz ver-emotional ausraster. Mir geht's wieder gut, chat. Die Ausschützen sind weg. Ja, davon hab ich einen ge-killt, oder? Bro! Betäubt, durch den Dings und von der Seite einen Hedgehog gekriegt. Boom! Bin ich hier nicht durch? Verdammt! Echt jetzt? Die kann man nicht fahren? Nichts aus Halo Reach gelernt. Was? Achso, ich wollt grad sagen. Bin eigentlich nicht auf die Kiste drauf. Der Mist! Spring da hoch! Dein da! Warte! 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 Hier! Können wir die Allianz irgendwie aussperren? Ah, du hast sie gar nicht. Du bist schon weiter. Ja, ich bin über dir. Moment. Komm bitte runter! Bitte, komm runter! Bitte, komm kurz runter! Bitte, komm kurz runter! Wolltest du dir was zu zeigen? Wow! Okay! Das ist der krasseste, der krasseste Wiss nicht auf der Ever! Fall angest ich direkt nach, mal ein Toll- Growing up nach! What the fuck actually! Ich hab den europäischen Spartan Marine! mein scharfschluss übergegeben hier oben ist noch einer ihr nehmt das mal ist er unten keine ahnung ja mann der ball hat voll rein crazy dude crazy und ich werde sterben holy shit oh my god da kommt einiges runter Ich hab die Starkton gekillt, ne? Ich muss wieder angreifen, Schilde hochfahren. Wo? Ich fahr nochmal zurück, wenn ich bin weak. Kommen Schakale runter. Sniper. So. Achso, ne? Shotgun? Ah, ok. Nein. Ok, gut. Nein, die Sniper hab ich vergessen. Was für ein cooles Gedächtnis hab ich denn? Ja, das sah aber so richtig gut aus, ey. Zerstör uns denn eigentlich volle Kanne. Jetzt verrägst du eh nur dich an zwei Sniper. Gerade minus. Gerade minus. Ich kenn deinen Bruder. Was? Wo? Boah, Jungs. Boah, Jungs. Der andere arme Marine. Der andere arme Marine. Ich arme Marine. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich bin der nicht gerade Sniper dran. Alle tot. Gut. Ah, jetzt reicht's aber langsam. Wir sind zu zweit hier unterwegs. So geil, hä? Achso, das ist ein Fenster, da kann ich noch lange reinschießen. Puh, wieder gescannt. Aber dieses Mal hat es uns nichts gemacht. Bisschen mittlerweile im Mund dagegen. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab gesagt. Ha! Du Lapp. Wegskaste! Die haben übrigens die von mir zunehmend. Nein. ja du bist hier leer geschossen das kennen wir ja schon ich hab ihm mal einen granatwerfer gegeben oh god nein apropos oh god nein hast du irgendwie so ein bisschen gesehen aber das hier sieht verdächtig aus, ne? oh shit, okay verdächtig okay einen haben wir auf jeden fall verpasst war nix ich nehme die alle mal separat auf ich weiss, in die Infokarte hier ja, aber ich hätte jetzt selber sehr gerne gewusst was da abgeht oh, Schubdüsen nice Schubdüsen das ist experimentelle Technologie hier, oh crap Jägers sind durchgebrochen, ja, hatte ich ja gesagt, ne? weg ja Jägers sind durchgebrochen ha 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 okay ich glaube die Maradena ich glaube die Maradena ich glaube die Maradena hm Hm. Jetzt holo Gramm. Oh! Also... Also so... So klug, Bro, so klug. G-L-Luka! G-L-Luka! Aber da verstehst du mich bei einem? Ja, ich hab die Düse nicht mitgenommen. Ah, hier. Oh, ja. Bro! Oh, ja. Bro! Bro! Nicht schon wieder! Nein! 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 Kann ich rauskicken, ne? Das weißt du. Jetzt schon, fuck! Ich vergif dir. Ich vergif dir mal. But why, man? Ich hab doch nichts gemacht. Oh, weil das Ding explodiert? Nein! Oh nein! Oh nein! Er hat's auch gekriegt! Okay. Wo bist du weiter? Na ja, ich glaub ich hast noch mal Schubdüsen, wenn du brauchst. Ah ja, die hab ich ja wieder nicht gekriegt, weil Weg mich mal wieder getötet hat. Ja. Ach. Geht's weiter? Ich denke hier, wo alle stehen. Ich nehme auch an, dass wir hier den Knopf klicken müssten. Hm. Komm mal ran. Ich hab ein ungutes Gefühl. Vielleicht hier irgendeinen Knopf klicken, wo er rein muss. Der Tempel hab ich's grad aus Versehen angeklickt. Ich mach mal kurz hier neu. Fuck off! What the? What the? Buckt der Scheiß jetzt? Ich hab schon den Eindruck, dass es buckt. Weiß jemand von euch chat, wie man weiter muss hier? Wow, what the... Ist euch gut? What the fuck? Warum kannst du den hier einfach nicht hervorlassen? Warum musst du die ärgern? Ich wollte was ausprobieren. Gemerkt. Oh shit. Erste weh. Entweder wir kommen jetzt hier weiter. Heißt genau wahrscheinlich, wo der Rot leuchtet. Hier ist die auch so. Ich check's nicht. Hey. Okay. Ich schlade 2.0 für 6.0. Überdeck, wenn ich diesen Ehrung hätte. Zahlt vom Delt habe. Wie geht das? 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 Ich würd nicht, dass die Reichweite soo weit ist. Irgendwie... Okay, ich reset mein Link. Es geht vergeben. Wollen wir die Mission einfach komplett neu starten? Ja, wir starten komplett die Mission neu. Shit.